Ja, es gibt jede Woche neue Urteile und Beschlüsse, die veröffentlicht werden. Aktuell wieder seitens des BFH und wir werden jetzt mal wieder ganz kurz diese Urteile und Beschlüsse besprechen. Und zwar alle Urteile und Beschlüsse, die am 21.09.2023 veröffentlicht worden sind. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Stolmekopf auf YouTube. Ja, in diesem Zusammenhang starten wir jetzt mit einem Urteil. Und zwar geht es hier um die Berücksichtigung von ganz einfach Erstattungszinsen, die zurückgezahlt worden sind. Also Sachverhalt ungefähr wie gefolgt, werden wir gleich noch tiefer darauf eingehen. Man hat im Großen und Ganzen für zum Beispiel Steuererstattungen einfach Erstattungszinsen bekommen, muss die dann wieder zurückzahlen. Und jetzt ist die Frage, liegen hier sogenannte negative Einkünfte vor? Das ist ein Beschluss vom 01.08.2023, hier vom 8. Senat mit R8.21, dem Kennzeichen. Und in dem Zusammenhang geht es um die Frage der Anwendbarkeit des 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes. Und der genaue Sachverhalt war in dem Zusammenhang wie folgt. Im Streitjahr 2012 erklärte der Kläger negative Einkünfte von ca. 33.000 Euro aufgrund der Rückzahlung von Erstattungszinsen zur Einkommensteuer. Nachträgliche Neufestsetzung der Zinsen in Veranlagungszeiträumen frührte zur Rückzahlung eines Finanzamts. Das Finanzamt berücksichtigte nur einen Teil der gezahlten Zinsen als negative Einnahmen, andere als nicht abzugsfähige Nachzahlungszinsen. Hintergrund, wie gesagt, in dem Fall ist so gewesen, dass der Steuerpflichtige hier eine Auszahlung von Erstattungszinsen bekommen hat. Dann später aufgrund irgendwelcher Vorgänge gab es hier eine Änderung, das heißt z.B. BP oder abweichende Meinungen später für Zeitzins der Finanzverwaltung und musste dann diese 33.000 Euro zurückzahlen. Der BfH hat an dieser Stelle die Auffassung des Finanzamts und des Finanzgerichts hier bestätigt. Und zwar in Bezug auf die Berücksichtigung von negativen Einnahmen. Die Rückzahlung von Erstattungszinsen kann zu negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen führen, wenn sie auf denselben Unterbestrittsbetrag und denselben Verzinsungszeitraum, ganz einfach wie zum ursprünglichen Erstattungszinsenzeitpunkt, entfallen. Bedeutet an dieser Stelle, ein genauer Zusammenhang muss hier gegeben sein. Das bedeutet hier z.B. auch in dem Fall war es dann so, dass die Jahre eben gleich sein müssen. Es müssen dann auch die gleichen, sage ich mal, Auswirkungen gegeben sein, warum es zu dieser Erstattung kam. Wenn das Ganze nicht natürlich, sage ich mal, abweicht, wenn es natürlich abweicht, dann ist hier natürlich nur ein Teilabzug gegeben. Ein rechnerischer Saldo von Erstattungs- und Nachzahlungszinsen ist einkommensteuerlich nicht maßgeblich. Das heißt, wenn ich jetzt in demselben Zeitraum sagen würde, ja, ich habe aber für den gesamten Zeitraum, was weiß ich, 2012 war das Jahr jetzt, sagen wir mal 9 bis 11, im Großen und Ganzen diesen Saldo bekommen, also darf ich den wieder zurückzahlen, das ist nicht möglich. Erstattungszinsen sind wie gesagt hier nach 20 Abs. 1 Nr. 7 den, sage ich mal, Erstattungszinsen, dem Einnahmen zuzuordnen. Nicht alle durch geänderte Zinsfestsetzung ausgelösten Rückzahlungen führen zu negativen Einnahmen aus Kapitalvermögen. Da muss man eben aufpassen. Und 12 Nr. 3 weist nachträgliche Zahlungen als steuerrechtlich nicht unbeachtliche Einkünfteverwendung aus. Bedeutet, es gibt auch hier wie gesagt dann die Frage, ob das überhaupt zulässig ist seitens verfassungsrechtlichen Bedenken. Diese soll es nicht geben, da Erstattungszinsen und Nachzahlungszinsen unterschiedlichen Sachverhalten entspringen und unterschiedlich behandelt werden können. Also bedeutet hier wieder zusammenfassen, lässt sich ganz klar sagen, wenn ich ganz klar nachweisen kann, okay, es ist aufgrund dieser, ja sag ich mal, negativen Einkünfte, habe ich die Erstattung bekommen und dann gab es in diesem Bereich eine Korrektur, dann darf ich das natürlich absetzen, im anderen Fall nicht. Das zweite Urteil, dieser zweite Beschluss, bezieht sich hier auf die Einfuhrumsatzsteuer und Vorsteuerabzug, hier mit Blick auf den Beschluss vom 20.07.2023 vom 5. Senat mit R13-21. Wir werden euch übrigens alles unten in der Infobox ganz einfach verlinken. Der Beschluss geht hier um die Frage des 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des USTG. Hier geht es im Großen und Ganzen darum, um die Frage, wer darf eigentlich bei der Einfuhrumsatzsteuer den Vorsteuerabzug geltend machen. In dem Zusammenhang war es die Klägerin, eine GmbH, die agierte als indirekte Zollvertreterin für ein türkisches Unternehmen. Die Klägerin hat Elektroartikel hier beim Hauptzollamt angemeldet, die Ware kam jedoch nicht an und Klägerin verzichtete auf eine Vergütung und jetzt ging es in dem Zusammenhang um die große Frage, weil die Klägerin, im Großen und Ganzen die deutsche GmbH, machte hier die Vorsteuer geltend, die sie ja wahrscheinlich im Rahmen der Einfuhrumsatzsteuer gezahlt hat, macht sie sie als Vorsteuer geltend. Das wurde aber abgelehnt. Dagegen wurde im Großen und Ganzen gegen die Ablehnung wurde dann Klage eingereicht und das hatte keinen Erfolg hier, weil wie gesagt 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht erfüllt sein soll. Der BfH hingegen bestätigte das Ganze, sagt, dass die Klägerin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, weil hier in dem Zusammenhang die Klägerin, also die deutsche GmbH, lediglich die Verzollungs- und Beförderungsdienstleistung hier erbracht hat und die Ware nur das Objekt, an dem die Leistung erbracht wurde, also im Großen und Ganzen. Hier ist es so, die Interpretation des Ganzes für den Vorsteuerabzug nach 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des USTG, muss der eingeführte Gegenstand und dessen Wert der besteuerten Umsätze des Unternehmens verwendet werden. Das heißt, muss im Großen und Ganzen, hätte die deutsche GmbH das für sich verwenden müssen und nicht nur die Dienstleistung erbringen können. Dann wäre der Vorsteuerabzug gegeben, in diesem Fall nicht. Da die Klägerin, wie gesagt, ihre Dienstleistung auch nicht in Rechnung gestellt hat und keinen Ausgangsumsatz gab, der mit der Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer kausal zusammenhängen könnte, gehört die Einfuhrumsatzsteuer nicht zu den Kostenelementen der unternehmerischen Tätigkeit der Klägerin. Auch hier wieder der Punkt, hätte sie für ihre Dienstleistung trotzdem Geld verlangt, dann hätte sie an der Stelle auch wahrscheinlich den Vorsteuer abzubekommen. So zumindest liegt sich diese Schlussfolgerung aus diesem Beschluss. Ebenso natürlich hier auch keine Vorlage beim EuGH. Der BfH hielt hier eine für ermündliche Verhandlung nicht erforderlich und verneinte Zweifel an der zutreffenden Auslegung des Unionsrechts. Auch das wurde hier geltend gemacht und es würde hier, wie gesagt, keine Notwendigkeit einer EuGH-Entscheidung notwendig werden. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt der Beschluss, der hier gefasst worden ist. Und dann gibt es ein drittes Urteil bzw. noch ein viertes Urteil. Wir haben heute vier dabei. Und zwar geht es heute noch um das Verfahren und zwar Vertrauensschutz bei rechtswidrigen Verwaltungshandeln. Hier Urteil vom 06.07.2023, vom 5. Senat, 5. Senat hier R5-21. Es geht hier um das rechtswidrige Verwaltungshandeln und Vertrauensschutz im Kontext der Korrektur der Umsatzsteuerbefreiung in Bauträgerfällen. Hier in dem Zusammenhang die Klägerin, eine Organträgerin einer GmbH, hatte hier Bauleistungen erbracht, für die sie keine Umsatzsteuer in ihren Voranmeldungen auswies, weil sie von der Umsatzsteuerschuldnerschaft der Bauträgerin ausging. Über das Vermögen der GmbH wurde dann ein Insolvenzverfahren eröffnet und die Klägerin erreichte Umsatzsteuerjahreserklärung ein, in denen sie weiterhin hier von einer Umsatzsteuerschuldnerschaft der Bauträgerin ausging. Das Finanzamt setzte, wie gesagt, später die Umsatzsteuer ganz einfach fest und das zwar zu Lasten der Klägerin, also im Großen und Ganzen war es dann hier so, dass die Bauträgerin hier eigentlich dann theoretisch die Umsatzsteuer wieder hätte einziehen müssen vom Bauträger, also dementsprechend, dass sie die Umsatzsteuer wieder bekommt, das hat sie in diesem Fall nicht. Der BFH stellt fest, dass eine Änderung zu Lasten der Klägerin nicht zulässig war und hier die Berufung auf 176 Absatz 2a und 27 Absatz 19 USTG, hier besonders der Vertrauensschutz gilt. Bedeutet also, dieses Urteil ist schon wichtig, weil man hier natürlich wieder auf den Vertrauensschutz abstellt und wo ich ja auch immer wieder sage, wie enorm wichtig es ist, hier Beweismittel, sag ich mal, zu sichern, denn wie gesagt, hier ist der Vertrauensschutz entscheidend gewesen, dass die Bauträgerin bzw. die Klägerin hier das Ganze nicht zurückzahlen musste, sondern hier wie gesagt neutral das Ganze für sie ablief. Zudem, das Urteil hat Auswirkungen auf alle Fälle, in denen die Korrektur der Umsatzsteuerfestsetzung und die Steuerschuldenschaft von Bauträgerin geht und betont hier wie gesagt den Vertrauensschutz, was hier in 13b auch ganz klar geregelt ist, dass man hier schon sagt, ja okay, der Vertrauensschutz ist hier wichtig. Zum Abschluss noch ein kurzes Urteil und zwar der Urteil vom 27.07.2023 vom 4. Senat, hier R15-20 und hier geht es um den Bilanzansatz von nicht einnahmslosen Beteiligungen an einer Kapitalgesellschaft, hier wie gesagt primär aus dem Jahr 2004, also ist schon ein relativ altes Urteil bzw. sag ich mal der Sachverhalt und das wurde hier nachhaltig korrigiert durch eine spätere Teilwertabschreibung auf den niedrigeren Teilwert, hier nach 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 des ESTG und hier liegt auch laut BFH dann eine im Großen und Ganzen ja Teilwertminderung vor, die auch zulässig ist. Wie gesagt, hier geht es auch um die Geltung des Halbeinkünfteverfahrens, dass das hier auch soweit läuft. Von daher wie gesagt, weitere Fragen von euch dann gerne damit hier auch unten in den Kommentarbereich plus zusätzlich an der Stelle, wenn ihr weitere Urteile haben wollt, dann natürlich nicht vergessen, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.